so es geht weiter mit den 16 der fokus bleibt in dieser richtung der text wird ein bisschen komplexer wir befinden uns in video nummer 7 und erarbeiten uns nun mal den ersten text zusammen das ist das blatt 7a vielleicht noch mal so zum reinkommen die ersten vier takte jeweils vier mal rund wir singen den text und ich klatsch den puls letzter takt okay also die herausforderung finde ich ist in der länge der noten vor allen dingen in der bindung muss man sehr gut aufpassen wo wird hingebunden wenn wir mal den dritten takt nehmen dann haben wir erst zwei kurze synkopen dann auf der zwei eine achtel dann auf der zwei und eine achtel und diese wird dann gebunden zur drei und das ist so eine stelle da muss man gut aufpassen aber dieser text eignet sich sehr gut dafür das zu üben okay vielleicht können wir erst mal bevor wir das noch mal komplett singen den text klatschen ich mache mir mal hier impuls mit meiner imaginären bass drum 2 von vorne und 4 und dritte zeile so 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 das ist schon ganz schön anspruchsvoll finde ich muss mich da echt total konzentrieren und was ich auch merke ist dass ich versuche immer ein stück vor zu lesen also sagen wir mal ich bin im zweiten takt habe den text erfasst so ungefähr auf der hälfte des taktes dann schaue ich schon auf den nächsten takt und vor allen dingen schaue ich auf den takt umbruch also was beginnt was passiert auf der eins passiert was oder ist da eine pause das ist glaube ich so ein bisschen in dem in der entwicklung der lesefähigkeit ein nächster schritt dass man vorlesen kann jetzt singen wir den text noch gemeinsam dazu gibt es einen puls ein takt vor so 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 weiter geht's 7b hier gibt es eine wirklich entscheidende änderung weil jetzt geht es nicht mehr nur noch um viertel achtel und sechzehntel in vielen erdenklichen variationen sondern jetzt kommen die triolen noch achteltriolen hinzu und das hat einen ganz anderen charakter so ein text deswegen auch hier wir schauen uns die erste zeile gemeinsam an und lupen mal die ersten paar takte erster takt 2 3 4 Den dritten Takt schenken wir uns, da passiert nichts mit Reolen. Wir gehen gleich zum Takt Nummer 4. Drei und vier. Okay, lassen Sie uns auch hier den Takt, den Text mal klopfen. Und wir beginnen am Beat mit dem Fuß. Man könnte natürlich auch zählen, ist aber jetzt in dem Fall, glaube ich, braucht ein bisschen Übelzeit und ein bisschen Entwicklung dahin, weil das ganz schön schwer ist, zu so vielen verschiedenen rhythmischen Ebenen zu zählen. Mit dem Fuß ist es leichter. Ich mache mal wieder hier meine Bassdrum. One, two, three und vier. Zweite Zeile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch hier singen wir den Text nochmal mit einem Puls, Blatt 7b, einmal von vorne nach hinten. One, two, drei und vier. Ja, da, 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 ba, 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 ba Okay, wir kommen zum Teil 3 des Tutorials. Jetzt gibt es wieder ein Diktat, ein Rhythmusdiktat. Wenn Sie das nachher vergleichen wollen oder später, das ist Blatt 7c. Jeden Takt viermal, immer mit einer Pause. One, two, drei und vier und... Takt zwei, zwei, drei, vier... Takt drei. One, two, three, four... Buh, ba, buh, 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 ba, ba, ba... Da, du, da, du, du, da, da, da... Kommt der vierte Takt. One, two, three und four und... Da, 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 da Takt Nummer vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir kommen zum Takt Nummer fünf. One, two, three und four. Und ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, ba. Ba, bu, ba, bu, ba, ba, ba. Du, da, du, da, du, da, da, da. Du, da, du, da, du, da, 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 da. Takt Nummer sechs. One, two, three und four und ba, ba, bu, bu, ba, ba, ba. Drei, vier. Ba, ba, bu, bu, ba, ba, ba. Ba, ba, bu, ba, ba, ba. Ba, ba, bu, ba, 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 ba. Takt sieben. Eins, zwei, drei und vier. Und da, da, du, da, du, da, du, da, du. Takt acht. 1, 2, 3 und 4 und Neunter Takt 1, 2, 3 und 4 und Ba, 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 ba Ba, 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 ba Da, 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 ba, bu, ba Takt 10 1, 2, 3 und 4 und Da, du, da, 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 bu, 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 bu Ja, du, da, 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 bu, bu, bu Ba, du, ba, da, da, bu, du, du, bu Ba, da, du, 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 du Der elfte Takt 1, 2, 3 und 4 und Da, du, du, da, du, du, da, bu, bu Ba, du, du, da, du, du, da, du, du Ja, du, du, da, du, du, da, du, du Ja, du, du, da, du, du, da, du, du Wir kommen zum zwölften Takt Letzter Takt 2, 3, 4 Da, du, 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 du Untertitelung des ZDF, 2020